Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu South Park der Stab der Wahrheit. Das ist das, was mir gerade mal so eingefallen ist. Kann man hier das Ding in den Ohrkopf zu schießen? Nee. So, wir haben das ja jetzt eigentlich alles erledigt. Oh, okay. Okay. Jetzt muss ich eine Kurznummer bei dir... Ach, ich hab das schon Pokémon gekriegt. Äh, ich wollt... Ah, das war das, okay. Ich wollte eigentlich... Was wollte ich jetzt eigentlich ein Kleiner machen? Ach ja, genau, die Quests. Und zwar Schweinebemann. Kehre zu Elgort zurück und gib ihm die... Ach so, das wollen wir doch mal jetzt tun. Stück Scheiße herbeirufen, freigeschaltet. Na, einmal am Tag. Gut, du gehst hier durch. Ja, was soll der grüne Schleim? Das ist echt eine gute Frage. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an irgendwie Simpsons irgendwie so, ja, radioaktiv verseucht. Halt. Das ändern. Auf das. Ehrensonde. Yo. Und rüber. Und ab zu Elgort. Ich will ja immer gerne wissen, was jetzt mit den Daten passiert. Haben wir irgendwo ein Schnellreiseteil? Hier hinten. Einmal frei. Und zwar müssen wir irgendwo hier rechts unten. Hier oben. Hier müssen wir hin. Geben die Daten ab. Freuen wir uns natürlich auch, dass wir uns der Hangy getroffen haben. War das jetzt gleich hier? Ja, hier war's. Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Öh. Wie? Das war's jetzt schon, oder wie? Öh. Das möchte ich aber jetzt nochmal gerne hier. Was gibt's noch? Großwildjagd mit Jimbo. Benutze eine Kuhglocke, um die Farmkuh zu finden und zu besiegen. Eine Kuhglocke. Kehrte Jimbo zurück und brichte ihm von deiner Schlacht mit der Penismaus. Benutze eine Blutorange, um einen blutsaugenden Pflughund zu finden und zu besiegen. Was? Benutze eine Flasche Reinigungsalkohol, um die Mutantenbakterie rauszulocken und zu töten. Benutze eine Portion... Okay. Also hier haben wir eigentlich zwei aus Karrer zusammen, so wie ein tollwürdiger Hund. Das haben wir alles schon gemacht, Versteckspiel. Haben wir eins fehlt noch, Wiederherstellung des Gleichgewichts. Zerstöre alle, okay. Also habe ich doch schon viel gemacht an Nebenmissions, finde ich. Wo es mir gar nicht so vorkommt, wenn ich ehrlich bin. Was war hier drin? Mackies Einheit. Hier war die Chaos-Höhle. Könnte man hier noch was machen? Nein. Ich glaube nicht, Tim. Generalverwirrung. Na, hier können wir wieder abholen. Und gehen wir mal zu Jimbo. Wir müssen das mal davor zum... Schnellreise... von Jimmy. So, hier drauf. Und dann rüber. Hier oben haben wir auch noch nicht gewesen. Hier ist zum Beispiel... Doch, hier gehen wir mal hin. Der könnte uns was verkaufen. Warte mal. Hier müssen wir da hoch. Alter! Hä? Ich will da hoch. Hier rüber. Ja. Nein. Ich will... Hä? Bist du doof? Hier. Genau. Mensch! Klöses Spiel. Jetzt können wir hier hoch. Hier war man tatsächlich noch gar nicht gewesen. Hier ist die Kuhglocke. Würde ich einfach mal sagen, dass das hier für mich die Kuhglocke ist. Aber wir können hier nicht drauf schießen. Können wir nur die Kuhglocke schlagen? Ich denke mal, die Kuhglocke wird vielleicht hier drin sein. Schollenschlüssel. Können wir vielleicht hier rechts lang? Ne. Können wir die vielleicht anders läuten? Ah! Aha! Da ist er! Hä? Das war's schon, oder wie? Kehren zu Simbo zurück, okay? Wie kehren wir da zu Simbo zurück? Vielleicht kriegen wir ja jetzt was ordentliches von den drei... Neue Nachrichten von Elgo. Elgo hat uns geschrieben. Die Schweine bei meinen Angriffen haben sich in den letzten sechs Monaten verdoppelt. Du musst mir helfen, das allen zu erzählen. Ja, natürlich. Bin da schon dabei. Hier ist auch noch eine Quest. Was ist hier? Tokens Haus. Ja, das... Wie schon klar. Äh, hier. Hier, wo ist das Schnellreiseteil? Hier. Ab geht's. Hier haben wir eigentlich auch schon eigentlich vieles gemacht. Außer hier im Citywalk, da darf man nicht angreifen, hier rein zu Simbo. Geh- Schnellreiseteil? Was kann ich für dich tun, Junge? Mein Maus macht uns alle schlecht aussehen. In mehr Fähigkeiten als nur, nicht, Ned? Speak for yourself. Das war wirklich persönlich für mich, Ned. Wir verletzten die Hälfte von einem Farm-Cow, als wir in Hanoi waren. Wenn wir uns interessiert sind, du bist ein verdammter Hero, Junge. Wir sind beide stolz, dich zu kennen. Ich habe keine Worte. Ich kann nicht warten, was du next killst. Mit dem Hund sagen sie nix, oder wie? Langsperrt des Kriegers. Waffen-Aufsätze. Hm. Hm. Gut. Was kann ich für dich tun, Kid? Hast du die Tiere gekauft? Hast du die Tiere in der Wild-Life-Guide? Ich mache es für dich. Was kann ich für dich tun, Kid? Äh... Ich wollte mir gern was verkaufen. Und zwar hier absoluten Kram. Tue ich gern an dich verkaufen. So, wie waren das hier? Also... Level 8 sind wir schon. Ja, das ist das schon. Lass uns mal kurz... Warte mal, die Waffe war... 106, 147. Was wollen wir? Ne, jetzt ist es ein ganzes Stückchen besser. Was kann ich für dich tun, Kid? Kaufen. Waffen. Die. Super. Abhauen. Neue Nachricht von Al Gore hat es auch schon wieder gegeben. Wenn du diese Nachricht nicht teilst, wird Schweinebermann die Regierung stilllegen. Du musst dir unbedingt dieses... SBM-Video ansehen. Wo denn? Wie denn? Lass uns erstmal wieder raus hier. Lass uns erstmal die Waffe anlegen. Genau. Lass dich gleich mal ein bisschen ändern. Und zwar... Hier. Freier Platz. Fügt bei perfekten Angriff 50 Schaden hinzu. 25 Frost. Oder was haben wir hier noch alles? Äh... Genau. Das machen wir. Und... Das. Was ist Level 9? Ach nein. Na gut. Halt. Leg doch die Waffe klar an. Doch nicht hier in der Sonne. Hä? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Oh nein. Ach hier. So. Hier waren wir auch schon drinnen gewesen. Was haben wir denn noch offen? Das... Weiß ich. Dann müssen wir aber erst hier... Die Gothis werden dich erst anschließen, wenn die wissen, dass du einer von ihnen... Und kein Konformist bist. Genau. Du musst aber erst das hier... Da du dir jetzt... Genau. Das weiß ich. Schon Versteckspiel wissen wir auch schon wie die Herstellung... Menschenbanner... Eigentlich müsste man jetzt eigentlich wirklich als nächstes... Zu den UFO... Beziehungsweise zum neuen Taco Bell... Um dann halt... Das mit den Gothis zu erledigen... Und alles andere... Sagen wir es mal so. Halt hier! Schnell reisen! Ist das nicht hier gewesen? Doch! Da können wir laufen! Mizi? Vielleicht mal hier auf die... Links schießen? Geht nicht. Kamen nicht zuen! Taco Bell! Aber es ist jetzt die gute Frage... Der war schon eine Quietscher! Oh nein! Halt! Halt! Huh! Wir müssen jetzt die verstohlenen Quietscher erst mal einstellen! Ne halt Drachen Schrei! Verstohlener Quietscher! Hä? Na ja... Wo wollen wir denn hin? Das ist die gute Frage, ja! Hier oben vielleicht rein Okay, warte mal, da müssen wir ein bisschen anders machen Ja, wie ist denn jetzt die gute Frage, wo wollen wir denn den hinhaben? Hä? Äh, Entschuldigung Hm Das ist aber jetzt echt so ein bisschen Warte mal, können wir hier hinten vielleicht irgendwo drüber? Nee Oder wollen wir ihn vielleicht Halt Irgendwie haben die auch gerade komisch geleuchtet Nee Neue Nachrichten von Elgor, Alter Texte mich da immer nicht zu Bitte, bitte, Antwort Oh Gott, das will Die können hier hinten aber auch nirgendswohin Wo sollen wir denn hier hin? Ah, scheiße Also alle Bäder Ist ja anstrengend hier Hm Wir stecken uns mal hier Jetzt sind wir drin Jawohl, es hat geklappt Irgendwie, auf irgendeine komische Art und Weise Da ist wieder jemand Da ist wieder jemand Na ja, jetzt hat nicht geklappt Das klappt das nicht Geh da rüber, du Püppel Hier ist bestimmt zu Oh Warte, knapp Was haben wir hier drin? Steinhammer und rostiges Rohr Ey, Krieggy, das mach ich in der Neuwaffe Es kotzt mich so an Neue Nachricht von Mr. Hanky Okay, die ist schlechter Aber wir können jetzt definitiv Es bestimmt hier rein Wir haben Wege und Mittel Sie zum Sprechen zu bringen Hier sind wir wieder Goddammit Ich bin so tired von Nazi-Zombien Es ist so Overused Wenn die falsche Person die Hände auf das Green-Toxin Es könnte totalen Sprechen Wir haben ein großes Problem All right Wir müssen komplett Obliterate Everything in A 3-Block Radius Find Locations For the Bombs Und Bury It all Then make up A Fake Story About an Earthquake We can contain The Outbreak This time If we act Quickly enough Let's move Everything we've just talked about Has been recorded onto this tape I'm going to leave it alone here for a few minutes Then come back later and have it encrypted and locked away So nobody ever hears what was said in this meeting Yes Good idea So was blödes Oh Oh What the fuck It's broken free Ich habe deiner Warte abend Nahtsitz Aber ich spreche deutsch Hände hoch Oh Jetzt muss ich gegen ihn kämpfen Well here we go again Äh Wie stark bist du 588 Du bist überhaupt nicht stark Ach du liebe Was haben wir Das war gar nichts Das war ja ultra ultra leicht Armband Hatte Swat Swat Weste Der wird voll Kratzahne kriegt ja das andere ohne alles Das will ich aber jetzt Oh sofort anziehen Ja Das Das Und das Cool So müssen wir Wir müssen eigentlich da rein Ich sage Oh erst mal wieder Tschüss bis nächstes mal Lasst euch gut gehen Haut rein Tschüss Euer Nui Tschüss